Ich gehöre jetzt nicht zu denen, die zum Lachen in den Keller gehen. Nein, Scherz beiseite. Scherz. Scherz beiseite. Nein, Scherz. Nein, nein, Scherz. Ich dachte, mach mal auch mal einen Scherz. Das ist ja auch okay. Ja, bitte. Hallo, wir sind's. Herzlich willkommen. Wir haben Frühstück dabei. Und vielleicht den einen oder anderen guten Witz, aber bei euch weiß man ja nie. Also ich glaube, naja, wir versuchen es. Ja, irgendwas Alter werden wir schon hinkriegen. Ja, ich denke auch, nehm Platz. Ist es eigentlich okay für Sie, wie wir hier mit dem Outfit oder sollen wir die Hemden lieber in die Hose stecken? Nee, das ist total okay. Es kommt gelegentlich auch mal vor, dass ich es auch über der Hose trage. Nein, was ist denn da? Also wenn Sie ganz verrückt drauf sind. Ja, wir freuen uns hier zu sein zum Arbeitsfrühstück. Ja, sehr gut. Da bin ich aber gespannt, was ihr mitgebracht habt. Ja, einiges. Was haben wir denn hier? Eine Fleischwurst. Das ist gut, ja. Und einen veganen Schinkenspicker. Ich weiß nicht, was das lieber ist. Ein veganer Schinkenspicker? Ich weiß nicht. Also ich habe mich da noch nicht so richtig herangetraut. Ich habe die Sorge, es kommt schlecht an im Wahlkreis. Ah, da muss man als CDU-Ula schon noch so ein bisschen... Ja, aber ich gönne auch jedem seinen veganen Schinkenspicker, aber ich esse dann doch lieber richtige Wurst. Das ist auch okay. Da bin ich vielleicht ein bisschen rustikal veranlagt. Wir machen es mal auf. Ja, wir können es machen. Heute ist eine Premiere. Trauen Sie sich. Mal ehrlich, so richtig natürlich sieht es nicht aus, oder? Also ich probiere das jetzt hier mal amtlich. Also Grüße an die veganen Schinkenfreunde. Naja gut, man kommt durch. Würde ich sagen. Ich dachte, da kommt, ja lol ey jetzt. Ja, naja. Hey Mortadella, du alter Zerstörer. Ja, das ist sehr gut. Naja gut. Soll jeder essen, wie er will. Ich bin ja nicht hier wie von den Grünen, dass ich allen Leuten vorschreiben will, was sie essen sollen und was nicht. Deswegen, wenn man das gerne mag, ist es okay. Sie sind wirklich nicht wie von den Grünen. Das kann man wissen. Oder das ist eine unbestreitbar richtige Aussage. Was habt ihr denn noch Schönes? Ja, sonst haben wir noch hier, also Bärchenwurst. Sind ja auch Jäger, ne? Ja, deswegen finde ich auch, ist immer auch gut, wenn man Lebensmittel auch wertschätzt und so. Das gehört auch mal dazu. Als Kind habe ich auch gerne mal sowas. Ist ja auch okay, aber... Wann war das? Vor drei Monaten? Das sind die... Ja, da müsst ihr euch noch entscheiden jetzt. Da müsst ihr euch jetzt noch entscheiden, ob es vor drei Monaten war oder vor 30 Jahren. Irgendwo ist immer da der Schwank. Ja, wir wollen ja ein bisschen über die CDU auch reden. Alle reden gerade von der Modernisierung der CDU. Werden Sie das noch verhindern können? Das will ich gar nicht verhindern, nein. Sondern ich finde, die CDU entwickelt sich in eine sehr gute Richtung in den letzten Monaten. Was sind die großen Themen, auf die die CDU jetzt setzen sollte? Oder anders gefragt, von welchen Themen würden Sie sich Aktienoptionen holen? Na, also der war natürlich auch sehr gut vor. Ja, das war jetzt wirklich absehbar auch irgendwie. Ja, das war ein bisschen lustig, oder? Ja, war das lustig? Ja. Haben Sie ihm vor dem Dreh Aktienoptionen angeboten, dass er sich auf ihre Seite schlägt? Na ja, nein, Scherz beiseite. Das ganze Thema hat mich sehr geärgert, auch damals. Ich mich vor allem über mich selbst. Das ist auch okay. Das gehört auch dazu. Aber der Blick enthält ja eine ernsthafte Frage. Was sind jetzt die wichtigen Themen? Manche haben gesagt, ja, wenn jetzt der Friedrich Merz Parteivorsitzender wird, dann ist hier irgendwie zurück in die Vergangenheit. Das ist überhaupt nicht der Fall. Er hat ja auch diese neue moderne Brille, Friedrich Merz. Aber Sie haben auch eine ähnliche Brille auf. Wer hatte sie zuerst? Haben Sie ihn beraten? Nein, ich finde, die Brille steht ihm gut. Und ich finde, es ist auch bezeichnend wieder, dass dann manches Mal mehr debattiert wird über eine neue Brille von Friedrich Merz als über eine gute Rede. Aber das ist auch okay. So ist es halt. Machen wir zum Glück nicht. Nein, nein, nein. Bei uns geht es um Inhalte. Ja, das ist auch wichtig. Deswegen bin ich ja hier auch in diesem akademischen Pro-Seminar über Inhalte. Wir haben halt nichts Moderneres gefunden. Wir haben halt gesucht. Aber der Friedrich Merz ist jemand, der eine breite Akzeptanz auch in der Bevölkerung hat. Und da geht es auch nicht nur irgendwie ums Alter. Auch um die Ansichten. Ja, und ich finde auch die, da gibt es viele Dinge, die da irgendwie auch als falsche Labels versehen werden. Also Friedrich Merz ist jemand, der auch ein modernes Bild hat. Da werden irgendwelche einzelnen Zitate rausgekramt von 1998. Und dann glaubt man, der Mensch hat sich nicht verändert. Das ist nicht wahr. Ja, oder auch letztes Jahr war es, glaube ich, als er da über Jens Spahn, schwuler Kanzlerkandidat. Ja, auch da. Da muss man aber auch mal ernsthaft sagen. Natürlich ist es immer so, das passiert auch, wenn man als Politiker viel in den Medien ist, dass man da auch gelegentlich mal kommunikativ daneben liegt. Und die Haltung aber, da ist Friedrich Merz jemand, der eine ganz offene, normale Haltung hat. Also Friedrich Merz können wir so festhalten, ist jemand, der eine offene Haltung hat, aber gelegentlich kommunikativ mal daneben liegt. Ach Quatsch. Also da habe ich den Eindruck, gibt es halt viele, die Friedrich Merz auch bewusst sozusagen in die Ecke der Rückwärtsgewandtheit schieben wollen, mich auch. Und dagegen kann man sich dann aber auch wehren. Trotzdem sind ja die Zahlen erstmal ernüchternd. Also die CDU-Mitglieder sind ja im Schnitt 60,8 Jahre alt. Könnten Sie sich vorstellen, aus der CDU auszutreten, um den Schnitt ein bisschen zu senken? Ja, da ist wieder das... Ja, da ist er wieder. Die Inkonsistenz ist ein bisschen nah. Erst vor drei Monaten noch in der Schule, jetzt sind alle zum Schnittsenken. Gut, sie vereinen halt beide Welten. Ja, das Beste aus allen Welten, na gut. Sie sind jetzt seit einem halben Jahr in der zweiten Reihe, CDU und der Opposition. Wie fühlt sich das an? Naja, Opposition ist schon wichtig, weil man muss mal ehrlicherweise sagen, ohne Opposition ist die Demokratie keine Demokratie. Ja, aber es ist nicht so schön, oder? Das war schon geiler, oder? Naja, es hat alles Vor- und Nachteile. Ich muss mal sagen, Opposition heißt ja auch manchmal, die Regierung mit fiesen Fragen, mit unangenehmen Nachfragen, mit Piesacken zu ärgern. Und das ist auch wichtig. Also eigentlich unser Socken, oder? Ja, ja. Da können Sie noch ein paar Tricks finden. Fast noch ein bisschen inhaltlicher, aber in die Richtung geht es schon. Und deswegen braucht es uns auch. Oh, 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 jetzt passiert was. Wir werden rausgeworfen. Nee, ihr werdet noch nicht rausgeworfen. Ich muss nur tatsächlich einmal kurz zur Abstimmung. Okay. Aber ihr sollt ja auch gebildet zurückbleiben. Könnt ihr noch mal euch kurz anschauen? Sind da Bilder drin? Nee, nee, nee. Aber ich glaube für euch trotzdem verständlich. Ich gehe eben Abstimmung und gleich wieder nach. Alles klar, wir warten. Bis gleich. Bis gleich. So. Ah. Genug Schabernack. Und Eier. Ich kann das Buch gar nicht weiterlesen. Ärgerlich. Ist aber schade. Vielleicht, wenn du dich gut führst, würde ich vielleicht noch mal ein Exemplar irgendwie rausspringen lassen. Ach, das muss gar nicht sein. Ich brauche es auch nicht. Kicker, was ist die aktuelle Leipfung? Man ist der eigentlich? Also der Punkt ist, ich interessiere mich halt überhaupt nicht für Sport, aber ich fand es spannender jetzt als das Buch von Friedrich Merz. Ich habe verloren. Was ist denn Friedrich Merz für ein Typ? Sie kennen ihn ja privat. Wie kann man ihn beschreiben? Friedrich Merz ist, ich werde jetzt hier nicht die großen Lobeslieder singen. Das können auch andere machen, aber ich schätze ihn sehr. Er ist hochintelligent. Ich finde, er hat auch Witz. Ich habe ihn noch nie lächeln sehen. Aber quatsch, jetzt hört mal auf. Sehr trockener Witz auf jeden Fall. Er kann, geht das mit den Mundwinkeln oder kann der die gar nicht hoch? Ja, doch, das geht, das geht, das geht. Dem müsst ihr mir noch mal eine Chance geben. Und ich finde, Friedrich Merz ist ein sehr, sehr guter Parteivorsitzender. Er hat klare Inhalte, klare Linie. Haben Linksradikale in der CDU eine Chance? Also ich sehe da so Politiker wie Daniel Günther. Ach, Daniel Günther. Daniel Günther ist ein erfolgreicher Ministerpräsident. Ich freue mich auch, dass er da wiedergewählt wurde. Er hat eine super Kampagne gemacht. Richtig, richtig erfolgreich. Aber Daniel Günther wurde innerhalb der CDU schon Genosse Günther immer genannt, oder? Ach, na ja. Bei mich gibt es auch unschöne Sprüche. Ja, welche? Nein, keine Ahnung. Nein, wie, keine Ahnung? Sie haben doch eine Ahnung. Ich habe das Aktienamt-Tor. Ach, der Köster hier. Aber natürlich, in der Partei gibt es auch mal Sprüche über den einen oder den anderen. Aber Daniel Günther hat da breite Akzeptanz für das gute Wahlergebnis. Und das finde ich auch gut. Wir sind eigentlich fast durch, würde ich sagen. Es wäre ja eigentlich noch ganz nett, wenn Sie uns jetzt noch mal zum Büro von Friedrich Merz begleiten. Wir wollen ihn noch überraschen. Es sind ja noch ein paar. Es ist auch was groß da. Ich glaube, der Friedrich Merz muss heute genauso wie alle anderen im Bundestag jetzt auch noch fleißig kämpfen. Da müsste er weiter gucken, ob er einen Termin kriegt. Na gut, dann vielen Dank. Und wir hatten Gags über das Alter, über Aktienoptionen. Und sogar ein paar Inhalte, oder? Wir sind im Auto, da sollen wir sie mitnehmen. Nein, das geht auch selbst, ich fahre heute auch in meinen Wahlkreis zurück. Okay, okay. Aber immer ans Tempolimit halten. Ja, ja, ja. Ich warte nur auf Lutz. Der kommt sicher jeden Moment. Wir wollen ja zusammen die Endcards machen. Das hat er mir versprochen. Deswegen habe ich ihm auch schon die Hälfte der Gage gegeben. Also es kann sich nur noch um Sekunden handeln.